und und wir haben ja danke für bruchte ich platz zu lieben ist eine Idee oder warte mal ne warte mal ich glaub ich weiß woran das lag na das setzt sich immer so hin wie du hin äh na wie du hin schaust und sich so so schrecklich stellt mit dem Leben auf durch die Sohn auf und 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 um die Richtung die geschaut mit dem wundervoll hat ein schön zu holen ich gehe gleich aus in der Hand wo zum Bomben reinkommen und so und so machen das macht man fast 6 so ach du Kaffee ein paar ähm willst du die genaue Anzahl wissen? nicht wirklich ich kann schon sagen 6 6 oh durch durch nicht mal einen ganzen Steck von dem Hesslingbaum oh oh fah oh mein Lücken ich flog so weh ich wird alt haha sag der Rechte ja schon du hast nicht zufällig drei Eisen, oder? ah jetzt nur 2 warum können wir uns einmal machen Oh Gott, da war ein Skelett, da war ein Skelett, da war ein Skelett, da war ein Skelett. Ja, aber Kohle. Geh doch sterben, los, warte. Wie was? Ich halte dir ganz kurz, wie lange kannst du, du? Äh, wie Uhr ist es? Äh, Viertel. Was, Viertel? Ich habe die Zähne. Ja, noch die Zähne hat sie gemacht. Okay. oh god oh god die weise umsoffen grüß stelle ok um und so und kommt so gut mit dem nicht nur nur wirst du ich bin ja unten machen so fällt die meckl-geweck-geweck-geweck-geweck noch als Kind das nur noch nicht wollen gewollt noch mal spielen Du wolltest auf normal spielen? Jo, mir glaubst du noch, äh, normal spielen, wo wir uns auf nächstes Jahr damit natürlich viele Monster spawnen Achso Patsch Ah, ja stimmt, das hast du schon beim Unten-Tech-It-Shirt gesagt Jaaaa Ich glaub nicht nur einmal Äh, doch Oh, der Mond schaut schön aus Oh Gott, oh Gott, lass wieder rein Ähm Hm Was können wir denn schon mal machen? Nichts, gut Äh 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 Mein Gott So Äh 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 Dann muss noch mal noch Scrap her So Warte mal, denn gibt's doch Und Scrap-Gift gibt's doch 100 Pro auch Das, was ich glaube, dass es gibt, oder? Komm schon, machen wir die Schacht Äh Was denn, was es gibt? Warte, das- was würde ich sagen Dasinä UUMETA ja warum kennst du dich damit aus oder was? ich kann ja eine UUMETA Farm bauen damit kann man ja alles produzieren ja gut nicht ganz alles aber viel wie produziert man UUMETA? man muss ja eine ganze Maschine und so ein Kreislauf werden wir aufbauen brauchst du Energie brauchst nen Extractor brauchst Hopper also brauchst... also jetzt sind da müssen erst 2-3 Folgen für... äh... 2-3 Folgen müssen eigentlich 1-2 Stoffen müssen für Farmen gehen und angemessen die UUMETA Farm zu bauen so wie bei TAKET also beim anderen bei das da wollen wir ja ewig, da wollen wir ja ewig farm wie bei Fietze Wüst da war es ja auch so extrem und Fietze Wüst war ja noch schlimmer wie hier da hat man ja innerhalb von 10 Minuten hatten wir ja alles mhm... sehr schön... alles voll mit Erze äh... gut aber auch jeder jede mögliche Mod dabei also Farmcraft also soll eben sowas dabei ja... und Farmcraft gibt's ja ultrafiele Mods man kann man da 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 drauf noch nicht... ne, da 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 drauf noch nicht... oder die da drauf noch nicht... oder die da kann man da... ja, blauer... eigentlich... ähhhh... 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 ähhhhhhhhh... ähhhhhhhhhhhhh... also noch nicht mehr noch schuldig nach dem aufteilen doch nur an das dauert alles so lange nicht ohne Schaufel nur und der kreiber natürlich die einfach nur hochkort vor mein gott warum und das wird wie die 1 6 5 was ist denn los wo ich mal kurz den karten schauen ob meine festplatte voll ist oh ne jetzt 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 nein es geht wieder runter ne schau doch mal ne festplatte voll ist das gleiche hey und was mach ich denn das ne festplatte voll ist ne ne die neuen torte platz und schaltet mit platzender ob noch 100 und 100 und die gewollt und ich bin wer da kann man es geht wieder der bergung genügend speichert nach wobei der festplatte und gebeten ich habe jetzt mal uns ein kleines feld gemacht nur noch hier unten bei mir per das hier sieht mir sehr suspekt aus zu mir ich bin hier links 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 und hier ist ein Buch und nur noch nicht mehr ich siehst du leckst du mir dezent da auch noch nicht mehr ist er sich in der haus den systemdorf nicht in der haus ist bisher nur wieder flüssig einigermaßen spektakulär das ist ein Geh doch mal rein. Wieso dann? Da ist eine Tür, da, da. Und alles so symmetrisch. Das kann auch nicht möglich sein, hatte ich schon öfter sowas. Echt? Ja, aber die Pilze mitnehmen. Obwohl, ich kann mal eine Pilze ausbauen. Geht doch irgendwie. Lass sie mal wachsen. Oh Gott. Was ist denn das? Was machst du denn schon wieder mit deinem PC? Gar nichts. Aber jetzt auf gleiche, geht der Versrat runter. Also, ich kann dir schon mal eins sagen, am Server liegt es nicht. Ja, das muss ich auch. Dann sollte der Server decken, und nicht ich. Ich habe meinen PC, der gerade wohl abpacken muss. Und Fraps neu starten, oder sonst? Ja, das stimmt. Ich hab noch mal auf jeden Fall drauf gemacht. Ich hab noch mal gut gemacht, was hab nochmal drauf eingel복.